Yo Leute, was geht? Willkommen bei einem neuen GTA Online Video. Ich wollte eigentlich mal wieder ein bisschen Geld ausgeben. Ja, aber ich hab mal wieder 0 Dollar. Wallah, Krise! Das bedeutet, ich muss mal wieder eine Bank ausrauben. Ja, hab ich echt lange nicht mehr gemacht, aber egal, die Cops in dieser Stadt sind eh alle Trash. Gehen wir erstmal in die Garage. Okay Leute, und ich würde sagen, wir fahren direkt mal los. Hey Leute, da hat grad ein NPC-Shish gesagt. Okay Leute, ich würde sagen, wir tun direkt mal diesen Laden hier ausrauben. Nein, was geht? Gib mir das Geld! Los, gib mir das Geld! Los! Okay, okay. Oh ja, das Geld kommt rein. 1000 Dollar! Oh Mann, das hat sich echt nicht rentiert. Was will der? Okay, ich muss mich beeilen. Ja, egal, die Cops machen ja eigentlich nichts so aus. Oh! Ich hab keine schusssicheren Reifen. Das ist natürlich blöd. Das wusste ich nicht. Aber egal. Oh, erledige die Ziele. Hier ist direkt mal so ein Ziel. Oh! Leute, ich hab 2K dafür bekommen. Das ist natürlich cool. Oh! Das sind schon 2 Reifen geplatzt. Wow! Oh, Junge! Ey! Ey! Okay! Ich hau ab, ich hau ab! Okay. Easy. Oh, oh, doch nicht easy. Wird ein bisschen aufgehalten. Oh Mann. Leute, was macht der? Ey, auf die Seite! Wow! Wow! Ey! Schnell! Oh mein Gott! Oh, das war knapp. Ah! Ah! Es ist alles Batman's Schuld. Wegen ihm hab ich diese Narben. Und... Seh so aus! Jogi, was hast du denn gemacht? Ich werde mich an ihm rächen müssen. Ich werde einen Masterplan schmieden. Aber es ist allererstes, gehe ich wieder in meine Wohnung. Ey! Aber egal. Aber Leute, schreibt unbedingt irgendwelche Ideen in die Kommentare, wie ich Batman töten kann. Ich meine, er ist der große Rächer von Los Santos. Deswegen denke ich mal, wird es ein bisschen schwieriger, ihn zu killen. Ja, ansonsten seht ihr die Abrechnung dann nächste Woche. Ich hoffe, ihr aktiviert die Glocke. Da unten warten die Kopfschmerzen auf mich, aber egal. Haut rein, Leute. Bis nächste Woche und ciao.